Hallo zusammen, hier ist wieder Heuchela und heute bin ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs und zwar möchte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Toy, was wir von einem Rare bekommen können und zwar schimpft sich das hier regenerierende Schleimfiole und diese können wir bei einem Rare hier in Maldraxxus bekommen. Der befindet sich hier auf den Koordinaten 52, 35 und der schimpft sich Blubberblut, beziehungsweise im Englischen Bubble Blood. Warum ist das relevant? Ich mache die Rares meistens so, dass ich gucke, ob er selber da ist und wenn er nicht da ist, suche ich im Tool, so als kleiner Tipp, einfach hier im Tool reingehen und dann nach Bubble suchen und dann seht ihr, da sind schon x Gruppen drin, join da rein und hab den Rare. Weil ich werde öfter nach Respawn-Zeiten gefragt, ich weiß gar nicht die Respawn-Zeiten so sehr, weil ich eigentlich zu 95% einfach nach Gruppen suche, ist eigentlich meistens eine drin. Man sollte nur schauen, ob Warmode Off oder On und dann einfach reinjoinen. Ich glaube, ich habe nie jetzt einen Shadowlands im Start groß nach einem Rare gekämmt. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir uns das Toll mal an. Ich habe den jetzt x-mal umgehauen, die Drop-Chance scheint jetzt nicht so hoch zu sein. Von dem Ding laut WoW-Head ist die Drop-Chance ungefähr bei 8%. Ist jetzt nicht übelst hoch. Zusätzlich kann hier übrigens auch noch ein Transmog-Item droppen, was ganz cool aussieht. So ein Rücken mit so ein bisschen, ja, so Chemikalien drauf, ist eine ganz nette Geschichte. Das hat aber, glaube ich, ein bisschen eine geringe Drop-Chance, dementsprechend muss ich da noch ein bisschen farmen. Wie sieht jetzt das Toy hier aus? Wir lernen es einmal. Oh, ich habe den Sound ein bisschen laut, merke ich gerade. Und zwar, wenn wir das einsetzen, dann sehen wir, haben wir hier lauter so kleine Schleime und sogar in verschiedenen Farben, so wie es aussieht. Eins, zwei, drei, vier, fünf Schleime. Jetzt kann ich mal gucken, ob die mitlaufen. Ja, die bewegen sich auf der Stelle, aber die laufen nicht mit. Okay, sieht ganz lustig aus. Mehr kann es anscheinend nicht. Okay, also hier sind es nur noch drei Schleime. Verschiedene Farben bewegen sich ein bisschen. Das war es. Nice to have, aber jetzt nichts Außergewöhnliches. Aber wieder ein Toy mehr in der Sammlung. Und ja, damit füllt sich langsam meine Shadowlands-Sammlung wieder und wir kommen bald wieder dorthin, dass wir alle Toys zusammen haben. Gut, das war es mit dem kleinen Toy-Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich weiterhelfen. Hier zeige ich nochmal die Karte. Und wie gesagt, der Mob heißt Blubberblut, der es droppen kann. Oder Bubble Blood im Englischen, falls ihr das suchen wollt. Und übrigens, wenn ihr ihn bekämpft, da kommen dann von außen so Schleime. Die laufen an ihn ran. Und wenn die ihn erreichen, heilen die ihn wieder hoch. Also, wenn ihr den alleine machen wollt und da eine Weile rumhampelt dran, dann killt diese Blubs immer. Sonst haltet er sich immer wieder hoch und dann kriegt er nicht runter, weil er hat, glaube ich, 500k Live, auch wenn ihr ihn alleine angreift. Gut, das war es jetzt aber wirklich mit dem kleinen Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich weiterhelfen. Sollte euch das Video gefallen haben, dann wie immer könnt ihr mich gerne positiv bewerten. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.